Willkommen nach einer monatelangen Pause. Frohes neues Jahr! Ich bin's und der Daniel, wir fahren hier Spar. Ist das schon so lange her? Ja, es ist so lange her. Boah, krass. Ja, wir haben jetzt auch eine kleine Winterpause gemacht. Die Formel 1 Tests haben ja schon angefangen. Deswegen machen wir jetzt auch mal weiter, würde ich sagen. Und wir sind jetzt im Q1, oder? Genau. Ja, nehm ich mal zur Sicherheit mehr als... Wie sieht's mit dem Wetter aus? Also, ich bin auch jetzt im Focke India, Jungs. Ah, okay, bis jetzt im Q1 kein Regen. Vielleicht ändert sich das ja noch, weil das Wetter sieht sehr bewölkt aus. Es ist Spar. Ich würde mal rausgehen, bevor es kein Regen heißt. An manchen Stellen regnet es, an anderen nicht. Es ist Spar. Ja. Ja, die Formel 1 Tests sind rum und... Oui, oi, oi. Ferrari sieht stark aus. Fühlt sich gut. So, pass auf, die Boxenausfahrt. Absolut gefährlich. Let's go. Boah, der Focke India fühlt sich echt gut an, muss ich sagen. Der Williams hat ja ein paar, äh, Tage Verspätung. Wir haben auch tatsächlich die KI vorgestellt. Äh, höher gestellt hier. Als sonst. Ja. Jetzt fahren wir so Scheißzeiten und wir sind plötzlich so Q1 und Q2 raus. Bist du das? Das da, hinter dir. Mit einem Red Bull-Abschlepptau, ja. Nicht den Red Bull-Abschlepptau. Man muss hier jetzt wieder stehen bleiben. Das ist absolut komisch. Sollten wir auf jeden Fall mal fixen. Ich glaube, ich muss noch definitiv irgendwas im Hintergrund ausmachen. Der Fest ist noch nicht so das, was ich noch mit dem Schöpfe. Aber ist schon besser. Ja, ich hab so 30, 20. Das ist nicht chillig. Ich hab, glaube ich, ich hab gerade 70, glaube ich, oder 80. Unter 60 geht bei mir nicht. Also unter 60 wäre bei mir absolut kacke. Kommt schon mal keiner raus bei mir. Oh mein Gott, die erste Kurve. Ich lebe ja ein bisschen nach dem Motto, weniger ist mehr. Ja, ich guck erst mal, dass ich eine entspannte Zeit rausbekomme. Ich auch. Was sich auch noch geändert hat, ist, wir fahren tatsächlich ein echtes Qualifying. Also Q1, Q2 und Q3. Gucken wir mal, ob wir uns daraus eben einen Vorteil verschaffen können vielleicht. Stimmt, man kann ja jetzt auch andere Reifen fahren. Na, ich glaub, dadurch, dass wir 25% Rennen fahren, der jetzt tatsächlich nicht mal lohnt. Was ist seins gefahren? Wir haben auch extra gesagt, dass wir höhere KIs nehmen, damit wir ein bisschen Mittelfeld kämpfen. So, P6, 7. Oh, ha, that happened. Hier ist, hier ist Gelb. Ich komm gerade auf einer schnellen Runde. Machst du Platz? Boxen, stopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. I might have spun. In the last corner. What did you do? 1,45,9. Wow. Ich darf jetzt noch eine Runde wählen. Warte mal, ich guck mal kurz im Hintergrund, was hier los ist. Mach mal im Hintergrund jetzt hier ganz scheißdreck aus. Du hast mich gerade in mich rein teleportiert. Du hast mich gerade abgeschossen. Hä, mir geht's gut? Also fast. Hat man das in der Aufnahme gesehen? Nein, nein, nein. Hat man nicht, ich war ja nicht da. Ich war gerade hinter dir und plötzlich warst du in mir drin und ich bin nach rechts geschubst worden. Also ich fahre Kurs auf eine 46 irgendwas. Der Forke India. Macht Spaß zu fahren. Ich versuche gerade mein Auto reinzurecken. Und haben wir schon gesagt, dass wir danach noch Monza fahren wollen? Ja, wenn man tatsächlich Zeit hinkriegt, wahrscheinlich eher abends. Ich wollte auf jeden Fall Dortmund gucken. In Leverkusen. Weiß nicht, ob wir das zeitlicher zu hinkriegen. Ansonsten machen wir das mal anders. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Bock. Können wir wieder mal öfters machen. Ich bin noch nicht mal in der... FPS. Es geht gerade komplett lose. Sogar der Discord-Sound eben ausgefallen. Boah, diese Boxeneinfahrt. Hilfe. Hast du die Boxeneinfahrt? Ja, ja, aber die ist schwer. Nein, man ohne Nase probiert. Nein. Ich muss jetzt nochmal neu machen. So, ich bin zufrieden mit meinem ersten Ruhand. Ich natürlich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Aber meine Nase ist komplett hinüber. Ich weiß nicht. Soll ich nochmal rausfahren? Ja, ich glaube nicht. Welche P bist du? Zwei. Glaub ich. Oder? Drei oder zwei. Zwei. Ich war einfach 0,7 Sekunden langsamer als Himmel. Also ich muss definitiv nochmal raus. Erstmal darf ich mich nicht in der letzten Kurve drehen. Also das hier ist für U3. Rennen, rennen. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Also P2 reicht doch noch. Jetzt kommen ja die ersten 15 weiter. Ich muss halt nochmal fahren. Ich fahre nochmal mit den gleichen Reifen raus. Einfach nur ein bisschen testen. Für Q3 fahre mal. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,55,4. Ich muss den neuen nehmen. Jetzt muss ich rausfahren und die Runde muss sitzen. Ansonsten gibt es eventuell die große Überraschung. Raus in Q1. Das wäre nicht geplant. Das wäre bitter, ja. Aber wir haben ja Safety Counts und so alles aktiv. Hast du das gesehen, dass der DRS-Flügel, also von Ricardo, weggeflogen ist? Achso, ja, habe ich. Das haben sie aber mittlerweile behoben. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Das erinnert mich an Kimi-Rei-Können-Spaar. Kimi, in, 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 out, out, in, in. Mein DRS ist die Stacke all the time open. Boah, der ist echt kacke. Ich sehe schon, dass du vor mir bist, das ist nicht gelb. Mittelssektor. Ich muss dich schnell vorbeilassen. Ja, aber hast du dich jetzt letztens doch aufge... Also du hast doch vor zwei Monaten aufgenommen und da hast du dich gelegt. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich glaube, ich habe die Einstellung, glaube ich, aufgetreten. Das ist jetzt 60 FPS, 1080p. Das ist natürlich was anderes. Daran liegt es, auf jeden Fall. Sollst du es auf jeden Fall mal ändern. Ah. Weil es bringt dir nichts. Das sieht echt schlecht aus, wenn du 1080p, 60 FPS machst, aber keine 60 FPS hast. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Wenn mich die KI jetzt in meiner Runde überholt und mal angreift, dann krieg ich die Käse verstanden. Oh, pink. Erster Sektor. Und direkt alles weggeworfen. Plus 0,4. Oh nein, ich werde angegriffen. Verstappen. Und alles weggeworfen. Dann brech ab und lass sie vorbei. Schöne. Boah, hier habe ich aber richtig Zeit verloren. Ja, auf der langen Gerade. Ja. und ist auf eine fahrt 11, SP11, was? Piss dich für stuff, Marta, ich breakcheck dich gleich Ich geb mal auf Bittig Boah, Alter Ey, pass auf, du bekommst noch eine 5-flässige Windstrafe Bist du mit so einem roten? Nein, ich bin mit dem grünen Oh 4-Zettel, ich hab doch gesagt, ich hab die Runde weggeworfen Boah, ja Wenn du mal vor an deiner cobweb aus die Runde weggeworfen, dann kann ich ander ja, Verstappen greift nicht an guckt hier immer Verstappen an ich würde sagen, ich starte da mal kurz die Aufnahme neu und wir hören uns gleich wieder mit dem zweiten Qualifying